Gute Arbeit Impro Was Sie jetzt hören werden, ist komplett improvisiert. Nichts ist vorbereitet. Auf Basis einer Anregung führen die vier Improvisateure ein Gespräch, aus dem nahtlos eine spontane Szene entsteht. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Arbeit Impro. Heute mit der bezaubernden Katjana Gerz, hallo. Mit dem bezaubernden Lorentin W. Und mit der zaubernden Lena Kupke. Und mit Zauberei Stefan. Mit Zauberei Stefan, hallo. Das Wort lautet Abibal von Prinzenpizza. Wie lief es bei euch mit Date für den Abibal? Lief das gut? Unproblematisch? Ist das ein Thing? Ja. Bei uns war es kein Thing. Wir mussten nicht fragen, wir mussten nicht einladen. Wir alle sind da zusammen hingegangen. Ich hatte einen Freund zur Zeit. Aber auch nicht in der Schule, der war ein bisschen älter. Ja. No, Vertretungslehrer. Aber ich kann mich nur an das Foto erinnern. Aus irgendeinem Grund, ich habe mich da geschminkt und war ein bisschen aufgeregt, glaube ich. Weil ich habe meinen Gesichtsaunton so zwei Stufen zu hell gemacht. Oh. Unüblich. Und du hast in allen Abi-Fotos ein totales Whiteface. Ein Engel. Wirklich komplett weiß. Und ich glaube, meine Mutter hat damals noch was gesagt. Und ich so, Schatz, your face. Und weil ich so, weil meine Mutter, die hat mir aber auch für Abi, für die Abi-Prüfungen, die so, ja, ich war ein bisschen nervös. Und die so, hab ich, ah. Und da hat die mir, ähm, Beruhigungstabletten in die Haferflocken gemischt. Holy shit. Ernst? Ja. Und die hat dich unter Drogen gesetzt? Ja, ich habe mich unter Drogen gesetzt. Ja. Weil ich kam nach Hause und die so, wie war's? Hast du bestätigt? Ja, war ganz gut. Sorry. Katja war bei ihrem Abi gedopt. Scheiße. Katjas Abi ist ungültig. Das kommt jetzt raus. Ist das, kann das Konsequenzen haben? Ich weiß nicht, sie kam nur danach, kam sie nach Hause, also ich kam nach Hause und sie war, wie war's? Ja, ganz gut. Und die so, warst du aufgeregt? Ja, ganz normal, aber es ging. Ich hab alles fertig gemacht. Die so, mhm, das liegt daran, dass ich dir gut bin. Alter, was eine miese Botschaft auch. Du kannst nur mit Drogeneinfluss erfolgreich sein in deinem Leben. Aber das ist auch so, die kennt mich ja so gut, dass sie denkt so, das packt die nie. So was für selbst. Holy shit. Das packt sie nicht. Deswegen, als das mit dem Whiteface kam, dachte ich, ich höre jetzt nicht mehr auf meine Mama. Die will mich nur. Ich find's toll, dass unser Sohn jetzt endlich auch mal ein paar Hobbys für sich entdeckt hat und so. Ich find's toll. Irgendwie jetzt, klar, morgen der große Tag, das große Schachturnier. Aber ich find's toll, dass er irgendwie jetzt auch weg ist von seinen alten Freunden irgendwie mit dem Rauchen und so. Ich find's toll, dass er jetzt was für sich gefunden hat. Ja, das ist wirklich toll. Der Johannes, das find ich super. Da ist er schon. Hey. Mein kleiner Champ. Komm her, high five. Hi, Papa. Und? Gib mir das. Du hast so kleine Hände. Wie fühlst du dich fürs Turnier? Ich bin ziemlich aufgeregt, ehrlich gesagt. Ja? Ich mein, das ist schon wichtig, ey. Aber ich bin nochmal die ganzen Züge durchgegangen und mein Trainer hat mir auch ein paar Züge mitgegeben, die man immer nur starten sollte. Und dann erst, ich hab also eigentlich auch alles. Und ich weiß ja auch, ich hab mal die Taktik noch drauf. Gerade das Schild. Aber es ist halt echt auch, ich hab auch das Gefühl, wenn ich das verkacke, dann ist es auch erst mal vorbei mit Schachs. Hey, du musst nicht aufgeregt sein, okay? Das Wichtigste ist, dass du Spaß hast. Es geht hier um Spaß. Es geht nicht darum, den Russischen. Naja, wenn ich das Turnier nicht gewinne, dann ist es erst mal vorbei mit Schach. Also das hat der Trainer ja relativ klar gesagt. Und dann, weiß ich nicht, der Max will auch mal mit mir abhängen, da auf der Skatebahn. Ich mein, der hat schon wieder Bock. Also ich mein, ich würde auch wieder gewinnen, wenn ich gerne Skaten gehe. Also wenn ich das Turnier nicht schaffe, dann würde ich auch aufhören mit Schach. Also, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, meinst du, bist du gut vorbereitet? Oder meinst du, du bist, also hast du die, nochmal das, ich hab mich schaut von Bobby Fischer, oder? Ja, ich bin schon mal normal. Lass mich mal deine Hände angucken, nur zu gucken, ob du super schwitzig bist. Ja, es ist schon sehr, sehr, sehr schwitzig. Kannst du denn überhaupt so ein Schachding halten? Ja. Kannst du mal die Finger so ein bisschen aufschreizen? Ah, sehr gut. Warte. Sehr gut. So, das piekst jetzt ein bisschen. Warte, ich mach mal hier. Schatz, du brauchst ein T-Shirt, musst du in den Hohen halten. Vorsicht, mein T-Shirt soll nicht hochkrempeln. Das piekst jetzt ein bisschen. Ah! Okay. So, alles gut. Ganz gut. Okay. Kleine Wunde. Das ist gar kein Problem. Jetzt viel Spaß beim Schachspielen. Was war das? Hm? Hm? Das war ein kleiner Glücksbringer von deinen Eltern. Ja. Hauptsache Spaß, damit du auch ein bisschen Glück hast. Von Mutter und Vater zu Sohn. Puh. Hä? Ihr seid echt die besten Eltern. Nee. Ihr seid wirklich die besten Eltern. Ey, kein Problem. Ey, vielen Dank. Also auch mit dem Springer hau ich auf Gis ihm. Ja. Auf Gis ihm einfach. Es gibt kein G auf dem Schachbrett. Nein. Nein. A, B, C, D, E, F, G. Es gibt bestimmt ein G. Ma, du bist mein Sohn. Nicht schlecht. Sehr gut. Hauptsache Spaß, sagen wir immer. Okay. Kommst du zur Halle oder sollen wir dich fahren? Ich fahre selber. Macht euch keinen Kopf. Ich fahre einfach. Ich schnappe mir einfach meinen Wagen. Okay. Wir fahren nicht einfach hin. Ja, wir fahren nicht hin, Schatz. Komm. Okay. Ich hab vier, ey. Das war der. Ja, ja, ja. Er spielt gegen diese Russin. Diese unglaublich talentierte Russin. Ja, ja, klar. Aber es war ein bisschen zu viel. Ich glaube, es war ein bisschen zu viel. Und ich glaube, wir hätten dir noch ein bisschen mehr so Aufpushmittel geben sollen. Haben wir denn noch diese, du hast die Adderall-Dinger? Okay. Ich tuze. Schokoriegel. Okay. Du tust nur noch ein bisschen. Ja, das ist alles. Warte, hast du noch ein bisschen Speed da? Ich hab noch ein bisschen Speed, ein bisschen Pepp. Ich hab noch ein bisschen energetisch. Okay, mein Junge, wir fahren nicht. Für die Reise. Okay. Danke, Alter. Gut. Wow. Okay. So, dann los geht's. Es ist einfach. Oh, Schott, pass auf. Alles gut da hinten? Mein Kleiner? Mein Großer? Sind wir gleich da? Mein kleiner Bobby Fischer? Ob wir gleich da sind. Sind wir gleich da in der Halle? Gleich sind wir da. Yes. Halle. Halle. Ja, sag doch mal die Züge von der Sizilienischen. Und Springer auf drei. Ah, drei. Dann schön die krasse Eröffnung mit der Dame. Auf, diagonal, quer. Dann schön Schach setzen, ey. Und dann kommt der an. Kann doch ruhig mit seinem Bauern rumkommen. Das ist so scheißegal. Bauern. Scheiß drauf. Alles klar. Lass deine Hose an. Lass deine Hose aus. Okay. Nein, nein, nein. Nein, nein. Bleibt an. Was? Nimm hier ein bisschen Saft. Trink den Saft. Ja, alles klar. Du schwitzt ganz schön. Bisschen roter Saft. Bisschen reingegeben. Alles klar. Gut. Oh Gott. Da, ich sehe schon, alle Leute sind schon in die ganzen... Willkommen zum Schachtturnier. Das erste Spiel... Schachtturnier 2017. Alles klar, wir sind da. Alles klar. Wir sind auch absolut... Okay, machen wir den Mund auf. Sehr schön. Platz eins. Und Platz eins beginnt heute. Einmal Johannes Köhler... Bravo, mein Schatz. Wie schaffst du das? Wir unterstützen mich. Köhler, Köhler. Wie schaffst du das? Gegen Alexandra Juschinski. Juschinski. Die kann nix. Russland Scheiße. Wer heißt Juschinski? Bitte absolute Ruhe. Das Spiel beginnt. Der erste Zug liegt bei Johannes. Johannes, du schaffst das. Wir lieben dich. Wir lieben dich über alles. Erstmal, yo Leute, herzlich willkommen. Danke, dass ihr alle rumgekommen seid. Zu meinem Schachtturnier, yo. Ey, Alter, Juschinski, Korn, das wird nichts, okay? Also ich mach dich einfach fertig. Erstmal mein Bauer zwei Felder nach vorne, weil man kann am Anfang zwei Felder nach vorne gehen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Zwei Felder. Dabei kann er ja noch so ein Feld gehen. Du musst den Bauern auch wieder loslassen, Schatz. Irgendwas scheint mit Johannes nicht zu stimmen. Einmal bitte ein, die Täter. Nein, alles gut. Zieh mal dein Oberteil aus, okay? Ey, Ansagerin. Was? Zieh mal dein Oberteil. Einfach mal. Ein Kommentar und Johannes ist disqualifiziert. Einmal bitte die Eltern wenigstens. Ihr kennt die Mutter, reicht Johannes gerade etwas. Er scheint sich etwas zu beruhigen. Er scheint sich zu reißbaren. Er wechselt die Gesichtsfarbe. Und Johannes, bist du bereit? Dann setzen wir jetzt das Spiel fort. Der erste Zug liegt immer noch bei Johannes. Und bitte, absolute Konzentration. Ich hätte gerne den Bauern auf. Vier Stunden später. Ein spannendes Match hat sich zugetragen. Beide Seiten haben viel verloren. Doch jetzt Johannes, kurz vor dem möglichen Matt. Scheiße, scheiße, scheiße. Ähm. Was können wir machen da denn? Komm schon. Komm schon. D5. D5. Springer. Komm schon. D5. A, B. D, 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 D. Auf D5 Schachmatt. Bravo, mein Schatz. Ich liebe dich. Die Alexander. Und damit ist der Sieger des ersten Spiels. Johannes. Hab ich gewonnen? Bravo, mein Schatz. Hab ich gewonnen. Du hast das geschafft, ganz alleine hast du das geschafft, mein Schatz. Johannes Kramer, Sie haben gerade die Meisterschaft gewonnen. Wie haben Sie es gemacht? Gib mir das Mikro, Alter. Stopp, stopp, stopp. Erstmal grüße ich meine Eltern. Stopp, Sie dürfen das nicht so tief in den Mund. Erstmal grüße ich, erst mal würde ich meine Eltern grüßen, die ich bei allen Minimolterschützer, die mal einfach gesagt haben, du kannst alles schaffen. Alleine kannst du alles schaffen. Du brauchst nicht irgendwie irgendwas Großes vorbereiten. Können Sie bitte wieder aufstehen? Entschuldigung. Einfach mal, wenn du alleine einfach an dich kommst. Wenn Sie, 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 Sie robben über den Boden. Schatz, ich bin wieder die Hose anziehen, bitte. Dann kannst du alles schaffen. Okay. Und das ist auch beim Schach so. Schach ist da nicht, und Schach ist nicht nur für Nerds. Brauchen Sie gar nicht, gar nicht so gucken. Mit Ihrer Brille, die Sie ja auch immer so konkurriertive Fragen stellen. Schatzi, Schatzi, komm, warte. Danke. Ist das live? Ja. Was für ein Sender sendet ihr live? Schach-TV. Nerd. Wir sind sehr, sehr stolz auf dich, mein Sohn. Schatz, wirklich, wir sind richtig stolz. Du hast das so gut gemacht. Mama, Papa, ich kann alles schaffen, wenn ich nur tief fest an mich glaube. Aber fragst du dich wahrscheinlich, fragst du dich, wie du das so geschafft hast? Ja, weil ich an mich geglaubt habe und weil ich selber so gut vorbereitet habe. Nur dein Vater und ich dich am allerbesten kennen. Wollen wir ein bisschen sagen? Ich glaube, wir können es dir sagen. Ja, wir können es dir sagen. Wir haben dir so ziemlich jede erdenkliche Droge gegeben, die es gibt. Ja, aber für dich. Weil wir wussten, dass dir Schach wichtig ist. Was? Wir wollten dich unterstützen. Tragst du dich, warum du gerade vier Eltern siehst? Warum wir jeweils zwei Köpfe haben? Ich habe seit zwölf Stunden vier Eltern. Ich habe mir schon darüber ausgegeben. Wie viele Finger haben wir? Jeweils fünf. Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Schon. So, aber jetzt musst du mir deine Hausaufgaben machen. Ihr meint, ihr habt das nicht an eine geschafft? Das war der Drogeneinfluss? Ihr habt mir ganz viele Drogen gegeben? Das ist nicht saugefährlich? Du hast recht, vielleicht sollten wir die Trophäe jetzt zurückgeben. Fickt euch Schach! Ihr seid die besten Nerds! We're out of here! Jonathan raus! Wir kommen zu den Trash-News. Ich lese jetzt verschiedene Überschriften vor und die interessanteste oder lustigste wählt ja aus. Die erste. Münsterland. Landwirt tötet Maus beim Mähen. Er muss 50 Euro Bußgeld zahlen. Köln. Elfjähriger steht Schmiere bei Bankeinbruch. Polizeihund stellt Räuber. Den hatten wir letzte Woche schon. Opa holt Enkel nach einem Ritt von 550 Kilometern von der Schule ab. Enkel holt was? Opa holt Enkel nach einem Ritt von 550 Kilometern von der Schule ab. Der ist 550 Kilometer mit dem Pferd geritten, um seinen Enkel von der Schule abzuholen. So viel zu Großvater, liebe. Und dann mit dem Pferd fährt er wieder zurück mit dem Kind. Oder vielleicht ist die Geschichte dann auch zu Ende. Ich wäre für Nummer zwei. Ich habe nicht verstanden, wer ritt. Der Opa ist zur Schule geritten. Ist es der Erlkönig oder was? Wer reitet zu spät zur Nacht? Möchtest du es hören? 550 Kilometer. Ist es der Vater und tot? Nein. Nein? Okay. Es ist nicht der Erlkönig. Es ist halt ein Opa, der ist 550 Kilometer zur Schule geritten, um seinen Enkel abzuholen. Danke, das sind Geschichten, die uns alle bewegen. Voll. Afrika. Gut. Ich wäre für Nummer zwei. Weil ich finde das interessant mit dem Hund und dem elfjährigen Dieb. Das war letztes Mal. Ich sag Maus. Okay. Ich sag auch Maus. Dann sind wir bei der Maus. Sorry. So, Münsterland. Landwirt tötet Maus beim Mähen. Er muss 50 Euro Bußgeld zahlen. Bei der Mähaktion an seiner Wiese im Raum Borken, Münsterland, beobachtete ein Beamter den Landwirt, als dieser bei einer Maus den Garaus machte. Der Bauer wurde wegen Falschmähen angezeigt. Falschmähen. Für den Bußgeldbescheid über 50 Euro ist eine neue Vorschrift im NRW-Landesnaturschutzgesetz verantwortlich. Die Klausel darin beschreibt, wie eine Grünfläche gemäht werden muss. Nämlich von innen nach außen. Dadurch können sich Tiere, wie beispielsweise Rehkitze, auf der zumeist hoch bewachsenen Fläche rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bevor sie gemäht werden. Eine Rehkitze. Doch. Früher mussten mich immer die Bauernkinder durch die Wiese laufen, bevor gemäht wurde, um halt die Rehkitze zu retten. Kennt ihr das nicht? Müsst ihr mal mit Kindern von Bauernhöfen reden. Wer hat gesehen, dass eine Wiese aufgeflogen ist? Ein Beamter. Ein Beamter stand... Ich weiß nicht, der hat sich versprach. Palompa direkt. War der Beamter ein Arner? Ich hab niemanden umgebracht. Was ist das für ein Münsterland? Das klingt wie so ein Fantasieland. Münsterland. In Borken. Aber es gibt auch, ich hab gelesen, es gibt in Borken auch keine, kennt ihr diese kleinen, um Mäuse zu töten? Die kleinen Mausefallen? Ja, die gibt's in Borken nicht. Das macht Sinn. Ja. Und da haben nicht die Mäuse ihre Finger im Spiel, ihre kleinen Fingerchen im Spiel. Das würde ich mal untersuchen, das würde ich mal nachgucken. Es gibt eine Stadt in der ganzen Welt, in der es keine Mäusefallen gibt. Ja. Das ist das Kanal. Da haben die Mäuse gewonnen. Die halt sehr darauf pochen, auf das Leben der Maus. Die sagen, Ratten hassen sie. Das ist so wie in Indien die Kuh. Das ist ein Borken, so wie Maus. Aber ich finde 50 Euro schon ziemlich niedrig, oder? Ja. Was für eine Maus? Was für eine kleine Maus? Aber selbst der Gesetzgeber sagt da, naja, 50 Euro passt schon. 50 Euro. Wie viel verdient der mit so einem Mägang? Ja, aber wie viele Mäuse nimmt der mit bei einer Fuhre-Fahrt? Ja, es sind sehr detaillierte landwirtschaftliche Fragen an der Stelle. So, liebe Kinder. Heute kommt ein ganz besonderer Unterricht, weil heute lernen wir die Gefahren da draußen in der Welt. Okay. Und damit ihr die Gefahren von Dingen, die euch was Gutes tun, vielleicht auch ein bisschen unterscheiden könnt, habe ich heute mal diesen Kassettenspieler mitgebracht. Und da habe ich jetzt mal ein paar Geräusche für euch vorbereitet. Oh, wie langweilig. Hey, das ist nochmal ein anderer Unterricht. Kennen wir doch schon. Timmy, das ist mal ein normaler, anderer, das ist ein bisschen ein anderer Unterricht. Das ist alles so langweilig. Kassettehahn ist voll cool. Wir kennen doch, weil was gefährlich ist. Das ist doch völlig offensichtlich. Ja, dann sag mal Timmy. Dann komm mal nach vorne und sag den Leuten mal, was offensichtlich gefährlich ist. Das hilft doch. Okay. Lass diese Grimassen sein, mit den großen Ohren. Timmy, so ausgerutscht. Ja, offensichtlich gefährlich ist Krieg, ist der Mäusemann im Keller meiner Eltern. Da hat Timmy bei allem recht. Ist das Monster unter meinem Bett. Danke, Timmy. Setz dich mal wieder hin. Langweilig. Jetzt hör auf, deinen Schwanz in die Hand zu nehmen. Lass doch den Timmy. So. Heute habe ich einen ganz anderen Unterricht für euch vorbereitet. Wirklich, das sind andere Gefahren. Die sind aktiv, können die euch wirklich das Leben kosten. Okay. Hört das Geräusch an. Staubsauger. Was ist das, Timmy? Soll nicht gefährlich, so schön. Was ist das? Rasenmäher. Das kann euch töten. Was ist das denn? Das ist ein Rasenmäher. Es kann dich töten, Timmy. Timmy stirbt. Wenn du mal nicht aufpasst. Wenn es plötzlich nicht mehr, oh, hier. Mein Leben ist doch so wertvoll. Sieh mal ein Gameboy. Oh, sehen Sie mal, hier ist ein lustiges Meme von Ihnen. Was ist denn das für ein Geräuschgeresen? Na, ich spiele es nochmal ab. Das werden dich nämlich alle töten, wenn du nicht aufpasst. Ich will aber nicht sterben. Ich will nicht sterben. Mein Leben ist so unendlich viel wert. Rasenmäher, Rasenmäher. Hier, Rasenmäher. Sehr gut. Danke, Sophie. Das ist ein Rasenmäher. Ich wusste es. Wenn du nicht aufpasst, dann kommen die großen Riesenmenschen mit ihren Rasenmähern. Riesenmenschen? Die nicht nur uns den jeglichen Lebensraum zunichte machen, wo wir uns verstecken können, vor der nächsten Gefahr, die gleich kommt, sondern sie kann euch auch zerfleischen. Machen die uns den Garaus? Soweit würde ich nicht gehen, aber sie können uns verletzen. Was bedeutet das Garaus? Wenn dir jemand den Garaus macht, kriegen wir 50 Euro von der Menschenregierung, damit ich Dinge wie diesen Kassettenplayer für euch grenze. Wer ist denn dann gestorben? Ich kenne manche, die Mitschülerin aus der vierten Klasse, die plötzlich nicht mehr morgens gekommen ist. Die Regina. Nein, nein. Vielleicht war es ein Gerücht. Nein, meine Mama hat gesagt, die ist einfach nur umgezogen. Und mein Papa hat gesagt, ich bin unbezahlbar. Dein Papa. Das wollen wir mal sehen. Ich glaube, du bist ein Zwanny wert. Guck mal. Mein Papa hat gesagt, ich bin alles auf der Welt ihm wert. Die nächste Gefahr. Und bitte. Wer mir sagen kann? Ja. Wer es ist, der kriegt eine Zwei-Käse-Punkte. Was ist denn mit deinem Penis? Hier, hier, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wer weiß es? Ich weiß. Ja. Eine Möwe. Nee, ich weiß es, ich weiß. Ein Adler. Es ist ein Adler, richtig. Oh nein. Wenn ihr einen Adler seht, lauft am Erleben. Aber wie viel Geld kriegen wir denn beim Adler? Dann müsst ihr, die Adler-Regierung muss uns dann jeweils 20 Euro. 20 Euro? Wir kriegen immer Geld, wenn wir uns einen von uns umbringen. Aber wie viel kriegt denn jetzt, weil Timmy ja unbezahlbar ist? Wie viel ist denn unbezahlbar? Timmy ist nicht unbezahlbar. Dein Vater will mir das sagen, damit er sich gut fühlt. Timmy ist nichts Besonderes. Du wirst nicht mal einen guten Abschluss machen hier. Was ist denn gar? In gar aus. Was ist gar? Dein Leben. Also wenn ich jetzt, wenn ich Nina umbringe, muss ich 50 Euro zahlen. Aber kriege ich dann die 50? Das ist mehr so ein Unfallding. Oh nee, dann bin ich ja tot. Kommt das nicht von gar kein Problem? Weißt du was, Nina? Ja. Du nervst mich schon lange. Was? Und ich habe keine Lust mehr auf dich. Du und dein... Und ich mag dich nicht. Und du kannst mir gestohlen bleiben. Ich mach dir jetzt den gar aus. Au! Du mit deinen Penishänden. Aua! Ich hasse Mausunterricht. Die Schlagzeile der Woche. Weitere Schlagzeilen sind... Bayern. Illegaler Tiertransport. Mit über 7000 Ratten und Co. Gestoppt. 7000 Ratten und Co. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Und Co. Wie und Co. Was ist denn? Das ist so... USA. 14-Jähriger. Ein Jahr unschuldig im Gefängnis wegen erfundener Vergewaltigung. Furchtbar. Okay. Weiß ich genau. Aber wie ist das denn in der Psychiatrie? Was ist denn... Trash News für Sanja? Trash. Das ist mit der Horrible News. Roberto Blanco nach Eklat bei Buchmesse. Jetzt ein Kommentar. Meine Tochter ist für mich gestorben. Hä? Also mich interessiert das und Co. Aber ich finde 14-Jährigen... Wegen... Ja, aber wieso ist der nicht in der Psychiatrie gewesen? Der ist ja... Und Co. Ach so. Sorry. Ich habe Roberto Blanco... Ich dachte... Roberto Blanco, meine Tochter ist für mich gestorben im Sinne von... Sie interessiert mich nicht mehr. Ja, dachte ich auch. Ich dachte, sie ist so... Sie hat sich für mich geopfert. Sie ist tatsächlich gestorben. Oh, fein. Meine Tochter ist für mich gestorben. Oh Gott. Ich weiß nicht genau, was aus dieser Buchmesse passiert ist. Also, was sagt ihr? Ratten und Co.? Nee, ich bin schon für Blanco. Sehr tierlastig. Ja, für Ratten und Co. Leni? Ja. Ratten und Co.? Kathi? Ratten und Co. Dann sage ich Roberto Blanco. Und somit sind es die Ratten. Die bayerische Polizei hat einem Autobahnparkplatz in der Oberpfalz einen Kastenwagen aus Tschechien gestoppt. Der illegal Tiere transportieren wollte. In dem Fahrzeug fanden sich über 7000 Tiere, darunter Ratten sowie Mäuse und streng geschützte Exoten wie Chameleons und Axolotl. Ziel des Transports sei Belgien gewesen. Die Säugetiere sollten wohl als Lebendfutter dienen. Die Tiere waren in zu engen und falsch temperierten Boxen eingezwingt und viele waren bei der Entdeckung bereits tot, da sie wohl kein Futter oder Wasser hießen. Die moderne Arche Noah. Ein Kastenwagen mit ein paar Tieren drin. Auf der Autobahn, der Autobahnpolizei gestoppt. Aber das Geile ist, ihr Futter war im Transporter hinter denen. Vor allem Noah, ein bisschen falsch kalkuliert, null Giraffen, dafür 7000 Ratten einfach. Ey, Leute, lass uns mal jetzt einen Prank-Call machen, den wir geplant hatten, okay? Okay, alles klar. Wir machen es, okay? Also, wir gehen nochmal durch. Ich rufe diesen alten, komischen Tschechien nebenan an. Hier habe ich die Nummer, okay. Und ich sage ihm, der ist doch so ein religiöser Feindlicher, oder? Ja, ja, absolut. Okay, also, wir rufen den an, ich sage ihm, ich wäre Gott und er ist sozusagen die moderne Arche Noah und ich sage ihm einfach die Tiere, die er einfach mitnehmen soll, okay? In seinem Scheißwagen, alles. Wo soll er sie hinbringen, wo soll er sie hinbringen? Ruf an. Wo soll er sie hinbringen? Irgendwo über die Autobahn, richtig. Nach Polen. Nach Polen? Okay. Alles klar. Okay. Okay, warte. Nicht lachen, nicht lachen. Okay. 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 Mach auf laut. Geht nicht ran. Hallo? Warte mir. Hier ist Gott, der Allmächtige. Hallo? Ja, hier ist Gott. Hallo? Ist Verwendung da? Hallo? Hallo? Kann er dich hören? Hören Sie mich? Ja. Ich rufe ihn mal an. Was war los? Ich rufe ihn mal ganz schlecht. Oh nein, Mann. Scheiße, ey. Mann, ey. Du hast aber auch gelacht. Sorry. Okay, mach mal. Düt. 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 Oh mein Gott. Düt. Schat, geh an. Hallo? Hier ist Gott. Ein weiteres Mal. Hallo? Erschuldigen Sie die Verbindungsprobleme. Mein Name ist Gott, der Allmächtige. Und Sie, Vladimir, sind auserwählt worden, die moderne Arche Noah zu sein. Was? Bringen Sie bitte zwei von jeder Sorte Axolotl und Ratten und Chamäleons über die A7 nach Berlin. Warte. Sekunde. Einfach über die. Was soll ich? Wohin? Zwei. Zwei. Axolotl. Axolotl. Zwei. Wo soll ich die denn herbekommen? Die Handlung. Zwei. Die Handlung? Ja. Zwei. Papageien. Papagei. Zweimal? Ja. Ratten. Soll das männlich-weiblich sein? Immer männlich-weiblich, damit die sich vermehren können. Aber wenn sie das nicht bekommen, ist auch egal. Dann einfach für die Optik. Dann zweimal Feigefrosch. Feigefrosch? Feilgiftfrosch. Denk doch auf so ein paar Cheeseburgers kaufen, was die dann essen, nicht, dass die dann sterben. Dann achten sie bitte auf die Lufteinschlusslöcher, damit die Tiere nicht zu Schaden kommen. Ja. Die müssen überleben. Warum genau braucht es eine Eiche? Machen sie wieder Regen? Ja, ja. Kommt Regen. Kommt Hurricane. Haben sie da was mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Ja, ganz schrecklich. Die ganzen Tiere sind alle gestorben. Warum machen sie das mit dem Hurricane? Damit eben eine Leere bekommt. Stellen Sie keine Gegenfrage. Welche Leere? Zweimal. Warum eine Leere? Anaconda. Zwei Anaconda. Das war's. Danke, auf Wiederhören. Aber warum... Schatz, wer hat angerufen? Ja, das ist jetzt eine tolle Scheiße, ist das jetzt. Was ist denn passiert? Gott hat mich angerufen. Er hat gesagt, ich soll die moderne Eiche Noah machen. Oh, das ist... Aber schön, dass er dich gefragt hat, aber das ist schon ein bisschen viel. Wir haben schon vier Uhr. Es ist schon vier Uhr abends. Wann sollen wir das denn machen? Dann gehe ich jetzt zur Tierhandlung. Was müssen wir denn... Wladimir Popotovic. Popotovic, ja. Statt Noah. Ja. Das ist doch Scheiße, ist das doch. Ja, was... Das ist doch eine Scheißaktion. Ja, jetzt nicht immer negativ bleiben, Schatz. Was können wir denn machen? Popotovic. Entweder deinen Namen ändern oder halt einfach... Das steht dann auch nicht in der Bibel. Vielleicht... Wo soll ich den Axolotl herbekommen? Tierhandlung? Was ist ein Axolotl eigentlich? Haben wir eins hier? Kannst du vielleicht zurückholfen? Hallo? Entschuldigung. Hallo. Hier ist noch einmal Gott. Ist das Gott? Was ist das? Wladimir. Bringe, um den Glauben an mir zu beweisen, deine Frau um. Warum? Bring... Woher haben Sie meine Nummer? Der moderne Alba. Woher haben Sie meine Nummer? Steht hier, alle Nummern. Ich habe so ein Verzeichnis vor mir, einfach Alphabet sortiert. Manchmal ist die Nummer nicht da, aber da kann ich einfach noch Engel anrufen. Dann wissen die ja schon. Schönen Gruß von ihr. Danke. Bringen Sie sie um. Auf dem... Ja, Herr Popotowitsch. Ja, Herr Popotowitsch. Ciao. Am. Weiß der, wo man diese Klugloten herkriegt? Die was? Das, was da draufsteht. Was ist los? Ach, Schatz. Was ist los, Baby? Mann, komm mal her, Mensch. Komm mal her. Gib mir mal eine Umarmung. Wir haben, wie gesagt, wir haben vier Uhr. Komm. Komm schon, gib mir eine Umarmung jetzt. Komm mal her. Schatzi, Baby. Komm mal her, Mann. Schatzi. Mäuschen. Hey. Süße Honigtopf. Honigtöpfchen. Du. Lecker. Lackritzenscheibchen. Oh, mein kleines Sahnetöpfchen. Du schluckst. Du schluckst, Mann. Du schluckst. Du kriegst mich immer so zu lang. Süßes Gürkchen. Komm mal her jetzt, Mann. Komm her, Alter. Komm her jetzt. Komm mal her. Ja, aber ehrlich gesagt. Komm mal her jetzt. Komm mal her. Wir haben aber nur vier Uhr. Wir müssen... Wir haben... Was machst du mit? Schmäuschen. Das dauert noch. Pfefferküchelchen. Du kleines Sahneschnittchen. Du kleines Äffchen. Du Gummibärchen. Kelle. Ding-ling-ling. Ding-ling-ling. Ja, hallo, Wladimir Poportowitsch hier. Nein, es war... Hallo? Ist Gott. Sorry, es war ein Prank. Werner? Nicht deine Frau umbringen, ne? Das war Gott noch mal hier. Wer spricht da? Sorry von uns allen. Gott noch mal hier. Das war ein Prank. Nicht deine Frau umbringen, okay? Bleib cool, ne? Was? Tschüss. W... Schatz. Schatz. Zieh dich aus. Schatz. Scheiße. Soll ich das jetzt noch machen mit den Axolotl? Vielen Dank an Florentin Will. Gerne. An Lena Kupke. Danke. An Katja Magertz. Immer wieder gerne. Und auch vielen Dank an mich. Und Stefan Tietze. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und auch vielen Dank an alle die Begriffe eingeschickt haben. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Gute Nacht. Und wenn sie die Impro-Begriffe nur bei Twitter schreiben. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.